Wenn euer iPhone-Speicher voll ist, egal ob mit Apps, Fotos, anderen oder Systemdaten, dann kann das extrem nervig sein und ihr könnt ganz einfach in den Einstellungen unter Allgemein iPhone-Speicher sehen, wie viel Speicher ihr noch zur Verfügung habt und in diesem Video möchte ich euch gerne einige Methoden zeigen, wie ihr euren iPhone-Speicher mit iOS 17 aufräumen könnt. Sollten dich übrigens Videos wie dieses, Tipps und Tricks rund um das iPhone und iOS interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Tipp und zwar solltet ihr unbedingt darauf achten, immer das neueste iOS-Update installiert zu haben. Geht dazu in die Einstellung, dann auf Allgemein und dann auf Software-Update und schaut, dass ihr hier das neueste iOS installiert habt. Ansonsten wird euch hier nämlich ein Update angezeigt, dieses solltet ihr auf jeden Fall installieren und wichtig an der Stelle nicht nur herunterladen, sondern auch wirklich installieren, denn das Update benötigt natürlich auch Speicher und wenn ihr es heruntergeladen habt, aber nicht installiert habt, dann werden entsprechend auch einige Gigabyte belegt, das heißt hier auf jeden Fall das Update am Ende auch installieren. Als nächstes kann ich euch empfehlen, einmal in die Einstellung unter Musik zu gehen, denn hier gibt es ebenfalls ein paar Optimierungen, wir finden hier etwas weiter unten Musik und da bietet uns Apple bzw. iOS direkt ein paar Optionen, nämlich einmal hier die Funktion Speicher optimieren. Die solltet ihr auf jeden Fall aktivieren und daraufhin habt ihr noch hier die Möglichkeit, einen Mindestspeicher festzulegen für zum Beispiel 4 Gigabyte mit 800 Titeln und so weiter. Je nachdem, wie viel Speicher ihr eben zur Verfügung habt, könnt ihr hier natürlich am Ende auswählen, wie viel Mindestspeicher ihr bereitstellen möchtet und so könnt ihr dann am Ende dafür sorgen, dass entsprechend zum Beispiel 3200 Titel gesichert werden und ansonsten wird der Speicher eben entsprechend optimiert und es werden keine weiteren Lieder heruntergeladen und offline gespeichert. Bleiben wir für den nächsten Tipp auch direkt hier einmal in den Musikeinstellungen und zwar finden wir über Speicher optimieren die Musikdownloads. In meinem Fall sind das jetzt hier nur 4,24 Gigabyte, aber je nachdem, wie viel Speicher ihr zur Verfügung habt, kann das schon eine ganze Menge sein und hier könnt ihr im Grunde genommen eure kompletten Lieder einmal löschen. Ihr habt hier einen Überblick, könnt einmal zur Seite swipen, um diese eben lokal auf eurem Gerät zu löschen. Alternativ könnt ihr hier auch tatsächlich alle Titel löschen, dann werden eben alle lokalen Lieder auf eurem iPhone gelöscht und so könnt ihr auf jeden Fall einiges an Speicherplatz wieder frei bekommen. Alternativ hier eben einzeln das ein oder andere Lied entfernen. Eine weitere Einstellung, die ich euch empfehlen kann, einmal zu überprüfen und anzupassen, findet ihr unter Safari und zwar habt ihr hier die Möglichkeit einmal rauf zu gehen und dann erneut etwas weiter nach unten zu scrollen, denn dann findet ihr hier die Verlauf- und Website-Datenlöschen-Funktion. Dort könnt ihr einmal rauf tippen, dann wird euch hier erst einmal ein kompletter Überblick geboten, also welchen Verlauf ihr löschen möchtet, letzte Stunde, heute und so weiter und das Ganze eben auch für Profile. Außerdem könnt ihr hier noch alle Tabs schließen und so könnt ihr eben auch einige Daten, die eben in Safari gesammelt werden, entfernen. Wenn ihr viele Apps auf eurem iPhone installiert habt, dann benutzt ihr mit Sicherheit nicht alle und daher kann ich euch empfehlen, Apps, die ihr eher selten verwendet, auszulagern. Das funktioniert in den Einstellungen unter App Store, bietet Apple hier direkt eine Funktion, indem ihr etwas weiter nach unten scrollt, dann seht ihr hier unbenutzte Apps auslagern. Das heißt nach einer gewissen Zeit, wenn ihr Apps nicht verwendet werden, die von eurem Gerät entfernt, es wird sozusagen die App immer noch angezeigt, ihr könnt sie auch jederzeit wieder ganz einfach herunterladen und eure Daten bleiben ebenfalls auf dem iPhone, die werden also nicht gelöscht und ihr könnt die App dann sozusagen, wenn ihr sie benötigt, ganz einfach mit einem Klick wieder herunterladen. Alle Daten sind wie vorher, aber die vielleicht 100, 200, 300 Megabyte, die die App eben groß ist oder bei Spielen durchaus mehrere Gigabyte, die werden eben ausgelagert und ihr bekommt wieder freien Speicherplatz dafür. Da habt ihr übrigens auch die Möglichkeit, das manuell für einzelne Apps zu machen und zwar in den Einstellungen unter Allgemein und dann geht ihr wieder auf iPhone Speicher und dann seht ihr hier eben eure ganzen Apps und ihr könnt jetzt hier im Grunde genommen einfach auf eine App raufgehen und habt dann auch die Möglichkeit, die App hier auszulagern, das heißt die App Größe, in diesem Fall 204 Megabyte, wird dann wieder als Speicherplatz frei und Dokumente und Daten, in meinem Fall hier der eine Gigabyte, der bleibt eben lokal auf eurem Gerät, dass die Daten nicht verloren gehen und wenn ihr die App wieder herunterladet, dann bekommt ihr genau die gleichen Dokumente und Daten wieder. So kann man ebenfalls dafür sorgen, dass man Apps, die man eher selten benötigt, ganz einfach manuell auslagert. Und wenn wir hier jetzt gerade schon in den Einstellungen für den iPhone Speicher sind, ihr könnt zusätzlich alternativ auch hier auf Apps raufgehen und ihr könnt die App löschen und nachdem ihr sie gelöscht habt, werden eben einmal die App und auch die Dokumente und Daten gelöscht. Das heißt, bestimmte Apps, die vielleicht viele Dokumente und Daten gesammelt haben, die eben als Caches und so weiter gar nicht relevant für euch sind, die könnt ihr ganz einfach löschen und daraufhin neu installieren. Natürlich nur mit Apps, wo die Dokumente und Daten für euch nicht relevant sind. In diesem Fall sind das hauptsächlich Podcast-Folgen, die eben heruntergeladen wurden. Die benötige ich aber vielleicht gar nicht. Lösche die App einmal, daraufhin sind die Dokumente und Daten weg, installiere die App neu und dann habe ich eben nur die App Größe von in diesem Fall 12,2 Megabyte auf meinem iPhone und so kann man je nach App wirklich einiges an Speicherplatz frei bekommen, wie man hier zum Beispiel an TikTok sieht. Im Grunde genommen sind diese 4 Gigabyte Dokumente und Daten komplett irrelevant. Das heißt, wenn ich die App einmal lösche und neu installiere, bekomme ich ganze 4 Gigabyte an Speicherplatz wieder frei auf meinem iPhone. Was ich euch ebenfalls empfehlen kann, ist einmal in die Fotos-App zu gehen und dann unter Alben ganz nach unten zu scrollen, denn dann findet ihr hier einmal die Duplikate. Dort könnt ihr raufgehen und seht dann eben alle Duplikate, die auf eurem iPhone verfügbar sind und dann könnt ihr hier eben auf Zusammenführen gehen, dann wird das bessere Bild, also das Bild mit der besseren Auflösung gespeichert und das andere wird gelöscht. Das heißt, ihr könnt hier eben die Duplikate entsprechend einmal aussortieren, die schlechteren Bilder löschen und so eben Doppelungen ganz einfach vorbeugen und damit ebenfalls einige Megabyte, vielleicht sogar Gigabyte, je nachdem wie viele Fotos das bei euch sind, eben wieder frei bekommen. In meinem Fall sind das 3520 Fotos und 8 Videos, also eine ganze Menge und ich kann hier dann zum Beispiel hier auch auf diese drei Punkte gehen, dann bekomme ich noch ein paar mehr Optionen und auf Auswählen und dann kann ich oben auch ganz einfach alle auswählen, um eben diese Funktion für alle Fotos einmal durchzuführen, um dann eben alle einmal zu löschen, alle Duplikate zu löschen und zusammenzuführen. Sprechen wir nun als nächstes noch einmal über die Systemdaten und die finden wir in den Einstellungen unter Allgemein und dann auf iPhone Speicher und hier scrollen wir einmal ganz nach unten, denn da sehen wir einmal unser Betriebssystem, in diesem Fall iOS 17.4, dagegen könnt ihr nichts machen, aber gegen die Systemdaten. Bei mir ein Gigabyte, das können zum Teil aber auch 10, 20, 30 oder 40 Gigabyte sein und grundsätzlich sind das Daten, die entweder vom iPhone benötigt werden oder die noch in die iCloud geladen werden und daher kann es helfen, das iPhone zu laden und mit dem WLAN zu verbinden und dann werden diese Daten automatisch über die nächste Zeit in die iCloud geladen. Das ist natürlich davon abhängig, wie viele Gigabyte das sind und wie gut eure Internetverbindung ist. Grundsätzlich kann ich euch aber empfehlen, hier ein bisschen abzuwarten, euer iPhone über Nacht mal zu laden, im WLAN zu lassen und dann am nächsten Tag nochmal zu schauen, ob sich das Ganze hier verändert hat, denn häufig werden diese Systemdaten eben in die iCloud geladen. Natürlich gibt es aber noch weitere Methoden, wie ihr die Systemdaten entfernen könnt, wenn die Daten zum Beispiel nicht in die iCloud geladen werden. Dafür ist es aber auf jeden Fall wichtig, dass ihr vorher Backups von euren Daten macht, am besten in diesem Fall lokal auf eurem Mac oder PC und daraufhin könnt ihr hier in den Einstellungen auf eure Apple-ID gehen, auf die iCloud und dann hier einmal auf iCloud Backup und dann scrollt ihr etwas weiter nach unten zu euren Backups, in meinem Fall hier eben von meinem iPhone 15 Pro. Dort geht ihr einmal rauf und daraufhin seht ihr dann hier alle Informationen, also das letzte Backup ist von gestern, wie groß das Backup ist und die nächste Backup-Größe. Und was ihr dann machen könnt, wenn eure Daten eben nicht hochgeladen werden, ist hier einmal auf Deaktivieren und von iCloud Löschen zu klicken und daraufhin das Ganze wieder zu aktivieren. Dann wird sozusagen einmal dieses Backup entfernt und es wird ein neues erstellt. Wie gesagt, ich empfehle vorher aber auf jeden Fall ein lokales Backup eurer Daten auf eurem Mac oder PC zu machen, damit da wirklich am Ende nichts verloren geht. Die letzte Methode ist es, ein Backup zu erstellen und euer iPhone wiederherzustellen, denn die unwichtigen Systemdaten werden eben dann nicht gesichert und nicht wieder mit übertragen. Ihr findet dazu Videos unten bei mir in der Videobeschreibung, unter anderem wie ihr sichere Backups erstellt, aber auch wie ihr euer iPhone wiederherstellen könnt. Das geht nämlich hier in den Einstellungen unter Allgemein und dann iPhone übertragen und zurücksetzen. Und dann gibt es hier eben die Möglichkeit, auf alle Inhalte und Einstellungen löschen zu gehen und daraufhin eben das iPhone komplett zurückzusetzen. Wie gesagt, davor solltet ihr aber auf jeden Fall Backups erstellen. Wie ihr seht, gibt es auf jeden Fall einige Methoden, auf dem iPhone wieder mehr Speicherplatz zu schaffen, entweder indem Dateien entfernt werden oder unnötige Caches gelöscht werden oder eben über die Methode über die iCloud. Und ich hoffe natürlich, ich konnte euch hier einen ganz guten Überblick bieten, um euren iPhone-Speicher wieder etwas freier zu bekommen, um mehr Speicherplatz zu erhalten. Und wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos für weitere ähnliche Videos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Bis dahin, macht es gut.